Was macht eigentlich eine Domina genau? Das hab ich mich schon immer gefragt. Deswegen hab ich einen Tag mit der Domina Madame Carly Dreadful verbracht und sie einfach mal alles gefragt, was mich so an dem Job interessiert. Viel Spaß mit dem Interview. Ich bin Madame Carly Dreadful und ich bin klassische Domina, Fetischexpertin, Latex-Liebhaberin und Sadistin. Und wie lange machst du das jetzt schon? Zwölf Jahre. Okay. Selbstständig gemacht hab ich mich allerdings erst vor fünf Jahren. Wie bist du dazu gekommen, Domina zu werden? Ich hatte, durch mein Privatleben hatte ich schon mit Sklaven auch zu tun und hab es gelebt. Okay. Und irgendwann hat der Rahmen nicht mehr ausgereicht. Ich hatte Sklaven, die hatten halt natürlich auch ihre Grenzen und ich wollte noch mehr machen. Ich wollte noch mehr ausprobieren, mich weiter ausleben. Und das konnte ich privat nicht mehr. Und dann hab ich irgendwann entschieden, mal im Studio zu schnuppern durch Ansporn einer früheren Kollegin, die mich dann lange getriezert hat. Guck sie doch mal an und dann entscheide, ob du das machen möchtest. Und dann hab ich das ausprobiert und losgelegt. Aber das heißt auch, dass du auf das, was du so machst als Domina, auch privat stehst? Ja, ich mach aber allerdings nicht jeden Aspekt, den ich im Studio anbiete, auch privat. Was ich mich auch frage, ist, wie wird man denn dann eigentlich Domina? Also gibt's da irgendwie eine Ausbildung oder wie kann man das lernen? Weil es gibt ja wahrscheinlich schon einige Sachen, die man dabei beachten muss, oder? Ja, durchaus. Natürlich gibt's auch die Möglichkeit, Ausbildungen wahrzunehmen oder Seminare auch zu besuchen. Ich hab das damals durch Do-it-yourself mal ausprobiert. Und dann bin ich irgendwann an Themen gestoßen, wie zum Beispiel die Atemreduktion. Da hab ich dann auch mal Seminare besucht, mich dann halt auch mit anderen ausgetauscht und dann auch durch weiteres Ausprobieren daran gewagt. nachdem ich mir dann Wissen auch darüber angeeignet hab. Also willkürlich als Laie würde ich niemandem empfehlen, irgendwelche Praktiken, die gefährlich sein können, dann auch privat auszuprobieren. Aber du sagst jetzt gerade schon so Atemreduktion. Was gibt es da so für krassere Sachen, die du so anbietest? Ja, schon eine Menge. Ich hab über die Jahre einfach richtig viel Know-how und Wissen angeeignet und praktiziere auch entsprechend. Was man darunter jetzt als extrem einkategorisiert, das ist jetzt ein Spektrum von A bis Z. Das entscheidet jeder selbst, ob man das extrem findet oder nicht. Was würdest du sagen, was ich vielleicht so als krass empfinden könnte, was du so anbietest? Waterboarding vielleicht. Also gibt es denn Sachen, die du anbietest, die dann auch tatsächlich gefährlich werden können für den Kunden? Ja, wenn man nicht weiß, was man tut, dann schon. Dann werden die Dinge schnell auch mal gefährlich. Allerdings bin ich ja auch ein Profi. Und dann kann man davon auch ausgehen, dass es sicher ist, da ich natürlich auch Erste-Hilfe-Kenntnisse habe. Und selbst wenn ich jetzt Workshops anbiete und anderen etwas beibringe, dann fängt das bei Erste-Hilfe und Anatomie an, bevor ich dann ans eigentliche Thema gehe. Das heißt, als Domina kennt man sich auch gut mit Erste-Hilfe aus. Sollte man. Sollte eine Grundvoraussetzung für jedermann sein, dass man das drauf hat. Weil es kann immer mal irgendwas passieren, zum Beispiel kannst du auch in einer klassischen Session, die jetzt weniger extrem ausfällt, irgendwie in Panik geraten. Da muss ich ja wissen, wie ich mit dir umgehe. Und ansonsten bietest du ja so Sachen an wie so Atemreduktion. Was bietest du da genau an? Ja, Atemreduzieren kann man auf verschiedenste Weise. Das kann man zum Beispiel mit einer solchen Maske schon anfangen. Oder mit einer Gasmaske, die man dann auch noch zusätzlich verschlauchen könnte, dass ich dann über den Schlauch, über die Öffnung einfach den Atem steuere. Das kann ich aber auch ohne alles nur mit den Händen. Dann brauche ich einfach auch nicht viel Equipment. Brauche nur mich. Okay. Aber dabei könnte ja theoretisch auch was schief gehen, wenn man da irgendwie nicht aufpasst und jemandem zu lange die Luft irgendwie... Raubt. Raubt, ja. Genau. Kann passieren. Da ist jetzt für mich einfach auch wichtig, wenn ich einen Gast zum Beispiel nicht kenne und der neu ist, dann weiß ich ja noch nicht, wie verhält er sich denn unbedingt. Aber es gibt immer Optionen, den Körper abzulesen. Selbst wenn wir ein stilles Mäuschen zum Beispiel haben. Jemanden, der nicht in der Lage ist, irgendeinen Mucks von sich zu geben und ganz artig und ganz still da sitzt und sich nicht rührt. Dann kommuniziert der Körper aber trotzdem. Also ich kann dann sehen, ob sich die Hautfarbe verändert. Ob du anfängst zu schwitzen, ob du die Augen aufreißt, ob die Pupillen sich weiten oder verengen. Das kann ich schon ablesen. Und ich kann auch immer hingehen und nachschauen und mal ganz sachte, ohne dass jemand das mitbekommt, mal nach dem Puls gucken. Da gibt es schon ganz viele Optionen für. Und was man auch ganz deutlich häufig sieht, ist, dass der Mund dann trocken wird oder sich dann auch das Gesicht ein bisschen verkrampft. Das sind so typische Anzeichen. Was sind so die häufigsten Wünsche von deinen Gästen? Ich kann gar nicht sagen. Es gibt jetzt etwas häufiger und etwas weniger häufig. Also es gibt nicht so eine Standard-Session, die du meistens anbietest, sondern es ist immer was anderes? Es gibt keine Standard-Session, es gibt auch keine Schema-X-Verfahren. Es ist alles individuell. Aber wie gehst du denn dann vor, wenn ich jetzt zu dir komme? Wie läuft das dann genau ab? Bevor du dann herkommst, haben wir erst mal miteinander gesprochen. Entweder sprechen wir am Telefon oder wir haben schriftlichen Kontakt über E-Mail am besten. Da kann man sich am besten austauschen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel telefoniert haben, kann ich dich direkt noch ein paar Dinge fragen. Wenn du jetzt noch keine Idee hast, was du favorisieren würdest, dann gehe ich das Gespräch einfach auch ganz locker an und sage, okay, dann probieren wir einfach ein paar Dinge aus. So ungefähr weiß ich, was man da als Anfänger mal machen kann zum Austesten. Und eigentlich entwickelt sich dann auch schon bis zum Termin hin dann doch noch so das eine oder andere, dass dann die Idee kommt, ich könnte mir das vorstellen, ich könnte mir das vorstellen. Dann würde ich dir auch einfach nochmal anraten, als Tipp mal in dich zu gehen oder meine Webseite mal einfach durchzulesen, um da einfach auch ein bisschen Anregungen zu finden. Hast du denn irgendwelche Tabus? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das biete ich nicht mehr an? Ja, was heißt nicht mehr? Habe ich noch nie angeboten. Und Dinge, die ich nicht mag, biete ich nie an. Ja, aber wo sind so deine Grenzen? Ich würde ja nicht sagen, Grenzen, was ich nicht mag, sind Rollenspiele, die im Ageplay landen, mit Babys zum Beispiel. Ich kann dem Windelfetisch nichts abgewinnen. Das ist einfach nicht mein Ding. Okay. Oder Fisten mag ich auch nicht. Anale Spiele, wie zum Beispiel mit Strap on oder so, das ist für mich kein Problem, mache ich gerne. Aber Fisten, nicht meine Baustelle. Okay. Ja, das sind so die Dinge. Das Ringen wird auch häufig angeboten. Was die Leute daran finden, weiß ich nicht. Was ist das genau? Das Ringen, was man auch aus dem Sport kennt. Okay. Das kann man dann auf vielerlei Hinsicht dann auch auf eine erotische Art darbieten. Da ist mir der Kontakt aber auch zu nah, das möchte ich nicht. Man kann mir gerne einseitig als Sandsack herhalten. Das ist für mich kein Problem. Aber das Ringen wäre zum Beispiel auch eins meiner Tabus. Und gibt es sonst irgendwie Wünsche, die du schon mal abgelehnt hast, weil du gesagt hast, okay, das ist mir jetzt zu krass? Ja, Wünsche, die dann auch mit Drogen zu tun haben. Das lehne ich grundlegend ab. Möchte ich nicht. Braucht man bei mir auch nicht. Es gibt Menschen, die sind gewohnt, dann auch das eine oder andere mal zur Entspannung mitzubenutzen. Ich finde nicht, dass das nötig ist. Und man braucht das bei mir auch nicht. In unserem Telefonat hattest du irgendwann mal zum Beispiel auch erzählt, dass sich mal jemand gewünscht hat, ich glaube, wie Müll weggeschmissen zu werden oder sowas, was du dann auch irgendwie abgelehnt hast, weil das gefährlich ist. Ja, aus meinem Nähkästchen gibt es ja ganz viele Anekdoten dazu, zu extremeren Dingen, die ich dann auch ablehne. Das sind dann zum Beispiel auch eins von diesen. Da hat sich dann jemand gewünscht, einen Folienbondage-Ganzkörper zu bekommen, mit noch einer Lage Panzertape drum gewickelt. Also komplett eingepackt in Folie. Ja, komplett von oben. Ja, genau. Mit einem kleinen Atemloch. Und dann wollte der Mensch dann mit dem gesamten eingewickelten Körper in eine öffentliche Mülltonne entsorgt werden und da die Nacht drüber drin verweilen und am nächsten Tag wieder rausgefischt werden. Ja, in anderen Worten, realistisch gesagt, hat man mich gefragt, ob ich ein Tötungsdelikt begehen möchte. Weil derjenige das nicht überlebt hätte? Nein, auf keinen Fall. Der Körper kann ja nicht atmen. Unter Foliekomplett kann der Körper einfach nicht atmen. Und das kann sich dann auch nicht über so lange Zeit irgendwie gewährleisten, dass der Oberkörper sich auch so weit aufdehnen kann, dass er überhaupt atmen könnte. Das ist surreal. Nicht möglich, nicht machbar. Und ich kann den Reiz dahinter bei ihm verstehen, aber so weit darf man nicht gehen. Und es muss Grenzen geben auch in dieser Hinsicht, dass man dann auch den Leuten nochmal klar macht, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Du weißt genau, was du mich gerade fragst. Du fragst mich gerade danach, ob ich dich umbringe. Auf den Punkt gesagt. Auf gar keinen Fall. Die Relation dazu war einfach gar nicht mehr da. Es war einfach nur die Idee, so entsorgt zu werden. Das war der Fokus, das war der Punkt. Also das heißt, es gibt auch immer mal wieder Anfragen, die du dann ablehnst. Ja, natürlich. Wenn sie dann auch unhöflich sind zum Beispiel, dann lehne ich das auch ab. Oder wenn man keine Ahnung hat, wen man jetzt anspricht. Das mag ich auch nicht. Ich bin ja schon eine andere Art Domina, auch schon vom optischen Erscheinungsbild her. Und ich finde wichtig, dass die Leute auch sich Gedanken darüber machen, wem sie sich anvertrauen. Und wenn ich den Eindruck nicht habe, dann vergebe ich auch keinen Termin. Ist mir jetzt persönlich wichtig. Kann man jetzt sehen, so wie man möchte. Hast du als Domina sonst irgendwelche No-Gos? Also wie ist das mit, keine Ahnung, sowas wie Geschlechtsverkehr und solche Geschichten? Bietest du ja nicht an, ne? Ich bin eine klassische Domina. So wie man das auch zu verstehen hat. Es hat sich über die moderne Zeit heute etwas eher, sagen wir mal, in eine falsche Richtung entwickelt, da das auch leidenhafte Damen irgendwie unterwandert haben. Jetzt gibt es seit dieser Neuzeit dann auch berührbare Dominas. Oder Bizarre Ladies, die gab es früher nicht. Nach meinem Verständnis ist eine klassische Domina nahbar, aber nicht berührbar. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären. Also, was ist eine klassische Domina? Was macht eine klassische Domina aus? Eine klassische Domina macht aus, schon das Erscheinungsbild. Eine klassische Dame tritt auch klassisch auf. Das heißt, hochgeschlossen und nicht zu kurz. Eine klassische Dame tritt niemals irgendwie in Unterwäsche auf. Kann ich dann auch nicht ernst nehmen, wenn das andere machen. Das ist nicht mein Verständnis dafür. Klassisch im Sinne zum Beispiel auch von, wie man es auch häufig kennt, in einem knielangen Rock mit einer weißen Bluse zum Beispiel oder einem Lederkorsett. Kann aber auch ein Lackkorsett sein. Da ich halt auch gerne Latex trage, geht das auch adrett in Latex gekleidet. Was für Aufgaben, sage ich mal, hat eine Domina dann? Eine Domina ist ja auch gerne mal eine Komplizin. Okay. In einem klassischen Rahmen ist eine Domina einfach eine Erzieherin, wie eine Gouvernante zum Beispiel. Es gibt den englischen Erziehungsstil und auch den viktorianischen Erziehungsstil. Ich mische das gerne mal. Das beinhaltet dann halt auch die Erziehung mit, ja, was nehmen wir denn da? Zum Beispiel das über Knie legen, mit der flachen Hand den Popo versucht zu bekommen. Oder den Mensch dann einfach auch dienen zu lassen, dass er dann auch Aufgaben erteilt bekommt, und dass ich seine Haltung korrigiere, wie er sich zu verhalten hat, wie man demütig zu sein hat. Kann man nicht jedem unbedingt erklären und näher bringen. Die meisten tragen das einfach schon im Kern in sich. Und dann kitzelt man dann raus, wo der Mensch dann gerade steht. Und danach richtet sich dann auch die Erziehung mit dem jeweiligen Gast, den ich dann habe. Und was würdest du sagen, warum kommen deine Gäste zu dir? Weil ich eine exovertiertere Dame bin, die vielleicht auch andere Dinge anbietet, die andere nicht unbedingt machen. Und da war ich halt eben auch authentischer Wirker als viele andere. Dann ist natürlich auch eine Frage, die wahrscheinlich viele Leute interessiert. Was kostet so eine Session bei einer Domina? Eine Tribut für eine Stunde liegt so roundabout bei 250 Euro. Okay. Was glaubst du denn, warum stehen manche Menschen darauf, so erniedrig zu werden? Also von der Resonanz der Menschen hat das sehr viele verschiedene Gründe. Die einen leben halt immer sehr autoritär in einem Privatleben und wollen dann auch einfach mal was anderes erleben und sich auch unterwerfen dürfen. Eine Erniedrigung und Demütigung sind zweierlei, finde ich. Der Grad ist schmal, aber es ist immer noch zweierlei. Eine Erniedrigung kann in Form von verbaler Kommunikation alleine schon stattfinden. Für mich reicht es eigentlich aus, wenn ich den Raum betrete und denjenigen angucke. Also ich kann schon einen sehr bohrenden Blick walten lassen. Das reicht dann schon eigentlich aus. Was ist dran an dem Klischee, dass irgendwie der Geschäftsmann zur Domina geht, der im Arbeitsleben super viel Verantwortung trägt und dann mal die Verantwortung abgeben möchte? Ja, Klischees gibt es ja genug, ne? Ja. Es ist sehr verschieden. Es sind nicht nur Geschäftsleute, es sind auch ganz normale handwerkliche Berufe, Künstler, Selbstständige. Es ist nicht immer der Banker oder der Manager. Also deine Kunden sind oder deine Gäste sind ganz gemischt? Ja, sehr gemischt. Ich mache gerne meine Sessions erst ab mindestens 21. Wenn es einfache Dinge sind, wenn es um extremere Sachen geht, dann auch erst ab 25. Okay. Weil dann die Reife vielleicht etwa auch so weit ist, dass man das auch psychisch verarbeiten kann. Wäre mir jetzt auch ein wichtiger Aspekt. Achtet jetzt auch nicht jeder drauf. Ich schon. Ich bin ein Monk, was das angeht. Genau, eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also, glaubst du, dass es wichtig ist, dass es Dominas gibt, damit Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Fetische auszuleben? Ja, finde ich absolut wichtig. So wichtig, wie es auch wichtig ist, ein Bordell haben zu können, wo die Leute auch hingehen können. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein ganz grober Unterschied zu dem, was wir hier machen. Aber natürlich brauchen die Menschen auch einen Raum, um sein zu dürfen, wer sie sind. Und das aber auch anonym. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn das jetzt weggebügelt wäre, was die Menschen dann tun würden. Ich hatte ja jetzt Corona-bedingt auch einen Gast, der hat sich aufgehängt, weil er keinen Rahmen hatte, irgendwie sich auszuleben. Und der brauchte das. Das war für ihn Therapie. Für mich undenkbar. Das heißt, es gibt ja auch Menschen, die fordern so ein Sexkaufverbot. Ich weiß nicht, ob deine Dienstleistungen da mit runterfallen würden. Ja, leider schon. Ja. Ich gelte auch als Sexarbeiter, selbst wenn ich keine sexuelle Dienstleistung per se anbiete. Es kommt alles trotzdem unter einen Deckmantel der Sexarbeit. Und ja, auch wir landen da in einem Topf. Bin ich nicht begeistert von. Ich finde, der Mensch braucht einen sicheren Rahmen, um sich ausleben zu dürfen. Wenn du jetzt einen Faible für etwas hast und sagen wir mal, du möchtest dich feminisieren. Du hast diesen Druck in dir, den du spürst und du kannst damit nirgendwo hin. Du kannst nicht damit mit deinem Partner drüber sprechen oder in der Gesellschaft deiner Freundin darüber reden, weil du das vielleicht verwerflich findest oder welchen Aspekt das auch immer haben kann. Und dir fehlt das dann. Was machst du denn dann? Irgendwann platzt du und dann geht es dir schlecht. Und dann geht es richtig auf die Psyche. Du brauchst einen Raum dafür, um dich ausleben zu dürfen. Wie wir auch einen Raum brauchen, um einfach mal ein Event zu besuchen und tanzen zu gehen. Jeder hat auch mal diese Tanzwut, diesen Druck, ich muss jetzt mal los. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Was denkst du über so Forderungen wie so ein Sexkaufverbot? Ich kann nachvollziehen, dass Menschen unaufgeklärterweise diese Dinge fordern. Aber ich glaube nicht, dass sie auch so open-minded sind, sich dann auch mal die andere Seite der Medaille anzugucken und dann noch mal abzuwägen, ob das wirklich so klug ist, das zu fordern. Weil ich, selbst wenn ich den Beruf nicht ausüben würde, würde ich dafür trotzdem mich stark machen, dass das bestehen bleiben muss. Ich sehe mich ja auch nicht nur als Domina. Ich habe ja auch den Part irgendwie als Kompliz hin. Das ist ganz, ganz häufig auch eine Form von therapeutischer Arbeit, die ich mache. Da kann man jetzt nicht zu einem Arzt gehen und sagen so, jetzt habe ich hier einen Fetisch und was mache ich damit? Die Menschen brauchen das. Das ist auch jetzt, wenn gesellschaftlich der eine oder andere es unter dem Deckmantel irgendwie für verwerflich hält oder für ein Pervers hält. Ja, wo fängt das an? Wo hört es auf? Die Frage muss man sich dann auch mal stellen. Und ich finde, das kann man auch runter reduzieren als einen Job, den wir machen, der aber auch wichtig ist. Ich bin ja auch eine Art Künstlerin. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich eine Domina von so einer klassischen Prostituierten? Ganz klar in der Dienstleistung. Wir bieten hier keinen Sex an. Es ist auch nicht für jeden innerhalb von einer Session wichtig, irgendwie einen Orgasmus zu erleben. Natürlich hat auch BDSM und Fetisch etwas mit Sexualität zu suchen. Es hängt auch schon mal zusammen, ja, aber nicht für jeden. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die leben gerne keusch. Das heißt, die brauchen gar keinen Orgasmus. Die haben ihre Sexualität komplett abgekapselt und brauchen das nicht. Und es wäre ein K.O.-Kriterium, das in der Session irgendwie anzugehen. Da gibt es auch verschiedene Arten von Spielen. Da gehört das einfach nicht hin. Und es ist jetzt auch nicht per se mein Job, jemandem einen Orgasmus zu vermitteln, wenn ich mich hier um SM und Fetisch kümmere. Das ist ja so meine Passion. Das ist nicht mein Fokus, jetzt dafür zu sorgen, dass du am Ende des Tages dann einen Orgasmus hast. Sondern es geht darum, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihren Fetisch auszuleben. Ja, und in einem Bordell ist es natürlich anders. Da geht es dann um den schnellen Geschlechtsakt an sich. Es ist auch wichtig, dass es das gibt, finde ich, auf jeden Fall. Es ist auch eine Arbeit, die man nachgeht. Kann man ja jetzt auch halten, wie man möchte oder darüber denken, was man möchte. Aber das ist halt der Kern, der uns dann ganz deutlich von der Prostitution unterscheidet. Also das heißt, bei Prostitution geht es um Sex, den schnellen Sex. Bei euch geht es darum, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihren Fetisch auszuleben. Natürlich, ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses schwedische Modell hier funktionieren wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Schwedische Modell, dass die Männer bestraft werden dafür, wenn sie Sexualdienstleistungen in Anspruch nehmen. Ja, finde ich absolut verwerflich. Warum sollst du denn dafür bestraft werden, weil du einen Fetisch hast oder ein Faible für etwas? Oder warum solltest du, wenn du keine andere Wahl hast zum Beispiel, es gibt ja auch die verschiedensten Menschen. Geh mir mal davon aus, es gibt jemanden, du hast ein Handicap und du findest irgendwie gesellschaftlich keinen Anschluss. Du hast aber trotzdem eine Sexualität. Ja, wo willst du denn damit hin? Ja, wenn es das nicht mehr gibt, was passiert denn dann? Also muss man ja auch mal weiterdenken. Ich finde, es gibt ja auch das Prostitutionsschutzgesetz seit 2017. Der Gedanke ist gut, die Durchführung ist scheiße. Wenn man jetzt irgendwie sagt, man bügelt jetzt alles weg und die ganze Sexworker-Branche soll eingedämmt werden, dann frage ich mich, wie das gehen soll. Denn auch wir Zahlen ja steuern. Das ist ja zum einen auch. Und zum anderen wird das dann auch aber in einer großen Menge in den Underground abwandern. Und dann kann man es nicht mehr kontrollieren. Haben wir jetzt zu Corona-Zeiten auch wieder gesehen. Das finde ich nicht gut. Es ist nicht gut strukturiert und nicht gut durchdacht. Und auch nicht bis auf den Punkt zu Ende gedacht. Bei Prostituierten wird ja häufig irgendwie den Frauen vorgeworfen, dass sie das nicht freiwillig machen, dass sie irgendwie ausgebeutet werden und so. Wie ist das bei Dominas? Machst du das freiwillig? Wirst du irgendwie ausgebeutet? Ich bin absolut selbstbestimmt. Ich bin 35 Jahre alt. Ich mache das jetzt so lange. Ich habe niemanden im Nacken, der mir sagt, du musst. Ich bin diejenige, die sagt, du musst. Und so läuft das. Also, unfassbar. Was sind denn so die am weitesten verbreiteten Fetische, die dir so begegnen in der Regel? Fußfetisch ist es. Ja? Ja, das ist sehr weit verbreitet zum Beispiel. Oder die Vorliebe für bestimmte Art von Schuhen. Der Fokus liegt da meistens auf High Heels. Weit verbreitet sind zum Beispiel auch Demütigung, Erniedrigung oder den Körper zu fixieren, eingehüllt zu sein in bestimmte Materialien, sei es zum Beispiel Latex oder Folie. Das ist auch sehr weit verbreitet. Also, ich kann das gar nicht so klar definieren, ob es jetzt etwas besonders häufig gibt oder besonders seltener. Da gibt es schon eher ein paar Dinge, die ich da spezifizieren könnte. Aber so in der Summe würde ich sagen, es ist für mich, was mir begegnet, sehr ausgewogen. Okay, was gibt es vielleicht für krassere Fetische, die dir so begegnen? Ja, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema geht, Masochismus und ich da jetzt zum Beispiel brenne, schneide, steche, reibe oder die Haut aufschlage. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast auch garantiert schon mal gesehen, dass jemand mit einem Rohrstock den Hintern so versorgt bekommen hat, dass er dann am Ende blutig war. Ja, so war es. Genau, so kann man sich das in etwa vorstellen. Alles das, was am Endeffekt dann auch die Haut präforiert. Was glaubst du, warum Menschen darauf stehen, irgendwie so Schmerzen zu erleben? Also für den einen weiß ich, dass es ein sehr befreiendes Gefühl ist, Schmerz zu empfinden. Also Schmerz ist ja nicht immer gleich aus Schmerz. Es hat auch nichts mit Gewalt zu tun in dem Kontext. Das ist dann auch noch mal ganz klar zu differenzieren. Es ist einer mit dem anderen nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang. Oder für den Nächsten ist es dann eine Herausforderung oder eine Grenzverschiebung, die man dann erleben möchte, um einfach sich dann auch selbst weiterzubringen in dem Sein, was man bisher gelebt hat. Müssen die Leute irgendwas unterschreiben, dass du sie irgendwie verletzen darfst? Wenn es um besondere Dinge geht, ja. Das kommt aber sehr selten vor. So per se macht man das nicht. Aber es gab schon mal eine Situation, da habe ich mir das dann gegenzeichnen lassen. Zur Sicherheit. Gibt es irgendwas, was du so als Domina anbietest, was vielleicht viele von deinen Kolleginnen nicht anbieten? Ja, womöglich auch im Fetischbereich. Das ist ja ein sehr großes Spektrum. Und ich biete da halt auch Zulauf für Gäste an, die eine Art selteneren Fetisch haben. Zum Beispiel der Luna. Der Luna ist ein Fetischist mit einer Vorliebe für Luftballons zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch die Plachophilie, nennt man das. Das ist die Vorliebe für Kuscheltiere. Und was macht man dann da? Man spielt mit den Kuscheltieren. Also wie, als wenn du so eine Erzieherin im Kindergarten wärst, spielst du dann mit deinen Gästen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das kann man in einem solchen Rollenspiel durchaus auch vollziehen. Das geht auch, klar. Man kann es auch in einem anderen Kontext binden. So hat man dann zum Beispiel auch den Rahmen, anonym einfach mal sich frei auszuleben, ohne dass man das Gefühl hat oder dass du dann das Gefühl hast, dass ich das jetzt verwerflich finde. Das tue ich nämlich nicht. Ich habe ja auch ein gewisses Verständnis dafür, was die Leute mitbringen. Und damit können die sich ja noch einfach mal frei entfalten und einfach mal sein. Glaubst du, dass jeder Mensch irgendeine Art von Fetisch hat? Ja, auf jeden Fall. Bei mir fängt es an mit der Vorliebe für schwarz. Die teile ich auch. Ja, es fängt aber bei Kleinigkeiten schon an. Muss ein Fetisch dann nicht auch zwangsweise was mit Sexualität zu tun haben? Oder wie ist das? Ja, wie man das jetzt differenziert oder definiert, ist ja auch jeder für sich. Also viele verbinden einen Fetisch natürlich auf natürliche Weise auch mit der Sexualität. Aber ein Fetisch muss nicht auch immer zwangsläufig dran gekoppelt sein. Weil, nehmen wir jetzt einfach mal den Mensch als Beispiel, nennen wir ihn mal Tim. Wenn der Tim jetzt eine Vorliebe hat, zum Beispiel für Masken, dann kann das ein Fetisch sein, dass er die gerne auch für seine Sexualität trägt. Aber der kann dann, der Tim, auch gerne mal Sex haben, ohne eine Maske zu tragen. Dann ist zu differenzieren, wie extrem man das dann auslebt. Man kann es aber trotzdem einen Fetisch nennen. Sonst ist so auf Papierformen definiert, dass ein Fetisch zwangsläufig immer im Kontext mit der Sexualität steht. Und das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Wie kann ich jetzt rausfinden, was vielleicht noch ein Fetisch von mir sein könnte? Oder ist das was, was man zwangsweise irgendwann merkt? Nicht unbedingt. Also das kann dir irgendwann in deinem Leben mal begegnen, dass dir irgendwas mal zuspringt und du dir denkst, das interessiert dich jetzt aber mehr, als du jetzt gedacht hättest. Das ist schon auch den ein oder anderen Mal passiert. Zum Beispiel auch für einen Luna bei einer Geburtstagsfeier. Da hat jemand einen Luftballon aufgeblasen und der musste dann mal kurz verschwinden und durchatmen, weil er in der Situation überhaupt gerade mal nicht greifen konnte, was da gerade in ihm vorgegangen ist. Und so hat sich das dann ergeben, dass er sagte, ich muss mal mit einer Domina drüber sprechen. Er kannte mich da auch schon und hat dann gesagt, ich kann mit niemandem darüber reden. Was mache ich denn jetzt damit? Wieso ist das so? Und was tue ich jetzt? Also bist du im Prinzip als Domina auch so ein bisschen die Anlaufstelle für Menschen, die sich selber dahingehend so ein bisschen besser verstehen wollen? Also was da mit ihren eigenen Fetischen abgeht und denen dann auch hilft, das Ganze auszuleben? Ja. Es geht ja nicht immer nur ums Ausleben auch. Manche haben auch einfach nur mal Redebedarf, weil auch der eine oder andere nicht so genau weiß, wo stecke ich das jetzt hin? Ist das okay? Ist das normal? Warum betrifft das mich jetzt auf einmal oder wie gehe ich jetzt so in Zukunft damit um? Es ist ja nicht immer auch gleich verwerflich oder pervers oder extrem oder wie auch immer. Es muss es ja nicht immer sein. Und dann kann ich dann halt auch eine mentale Hilfestellung leisten und sagen so, so ein Faible kann sich mal entwickeln. Es kann sich auch wieder verflüchtigen und es ist okay, dass du dich dafür interessierst. Sexualität ist immer individuell und es ist in Ordnung, wenn man eine Vorliebe für irgendetwas hat. Wie gehst du damit um, dass es ja schon viele Menschen gibt, die manche Fetische nicht verstehen und das tatsächlich irgendwie pervers finden, unnormal, wenn sich jetzt jemand gerne ankacken lässt zum Beispiel? Ja, die meisten spielen auf ihrer Blümchenwiese und da ist der Tellerrand dann auch zu Ende. Und alles darüber hinaus ist hinter vorgehaltener Hand und dann heißt es dann schnell, das ist pervers, das ist ganz schlimm. Das ist es ja gar nicht. Man entscheidet ja immer für sich persönlich, was man extrem oder pervers findet oder verwerflich oder unnormal. Also ich finde, das sind alles dehnbare Begriffe. Also gibt es dann irgendwelche Fetische, die du irgendwie unnormal findest oder kannst du jeden Fetisch verstehen? Zu gewissen Anteilen kann ich mich vielerlei Hinsicht mit reindenken und reinfühlen, weil ich es eben auch lebe und mir auch viele Dinge begegnen. Aber wie ich eben auch schon angeführt habe, gibt es auch Dinge, mit denen kann ich einfach persönlich nichts anfangen. Da habe ich keinen Faden für und die lebe ich dann auch nicht. Das ist für mich auch okay. Ein Fetisch, den ich interessant finde, aber auch nicht so richtig verstehe, ist alles, was so mit Ausscheidung zu tun hat. Also so Natursekt, Kaviar, Dirty Games, das bietest du auch an, oder? Ja, genau. Das biete ich auch an, nur nicht alles. Also unter Dirty Games zählt man nicht nur den Ausscheidungsprozess per se, sondern auch das Womit. Womit bedeutet dann das Ausbrechen, das Erbrechen von Lebensmitteln oder auch das Anspucken. Und darunter zählt auch unter anderem, was manche auch anbieten, was ich jetzt persönlich nicht mache. Also das Womit und Blutspiele, also als Periodenspiel genannt, biete ich persönlich nicht an. Aber du bietest Natursekt und Kaviar an? Genau, ja. Also das heißt, du pinkelst und kackst deine Gäste an? Genau. Und wie läuft das dann so auf? Eine Session baue ich dann auch entsprechend so auf, dass ich die Gäste wissen lasse, wenn es, wie wir das alle mal haben, eine Erkältung haben. Wenn ich Antibiotika nehmen, wo ich mich nicht wohlfühle, dann biete ich es nicht an. Okay. Dann verschiebe ich die Termine auch. Das müssen die Menschen dann auch so hinnehmen. Ansonsten wissen die Menschen eigentlich per se, was sie da verlangen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass sie das noch nicht kennen oder neu ist, dann gehe ich das auch recht behutsam an. Es ist niemand dazu angehalten oder genötigt, dann auch Dreck an Natursekt und Kaviar aufzunehmen, also zu essen. Also die meisten reizen einfach dabei zuzuschauen, den Ausscheidungsprozess dann zu beobachten. Also dir zuzugucken, wie du auf der Toilette sitzt quasi. Genau, zum Beispiel. Und was glaubst du, warum stehen Menschen auf Dirty Games? Was ist daran der Reiz für viele? Der Reiz ist unter anderem auch, dass es für viele halt auch die absolute Erniedrigung ist. Oder halt eben auch der Genuss. Es ist für viele auch ein Genuss, eine Verköstigung. Tatsächlich, ja, gibt es wirklich. Es ist nicht immer so, dass es dann auch alles über eine Toilette läuft. Es gibt auch die Option, das auf vielen Wegen zu transportieren. Zum Beispiel setzt man die Portion auf den Körper oder auf einen Teller und wird dann angereicht zum Löffeln. Da gibt es ganz viele verschiedene kreative Ideen, die man da weitinnerst kann. Aber das ist dann auch nichts, wovor du dich dann irgendwie ekelst, irgendwie auf einen Teller zu kacken, um das irgendwem zu geben? Nee, ich gehe ja so oder so zur Toilette. Wenn ich damit auch die Menschen glücklich mache, das ist ja halt auch so mein Antrieb, eine Session zu machen. Das ist in jeder Hinsicht immer dasselbe. Wenn ich jetzt mit dir eine Session mache, dann strahlst du, weil du den Raum hast zu leben, wer du bist. Und du erlebst dann ja auch was Besonderes. Und das hat jeder, der kommt. Ein Strahlen und ein Funkeln in den Augen. Und das ist das, was mein Akku auflädt. Und das ist bei Dirty Games genau dasselbe. Als ich das das erste Mal ausprobiert habe, brauchte ich auch ein wenig Zeit, um das mal irgendwie mit der Hemmschwelle zu lösen. Dann hat es funktioniert. Und dann habe ich gesehen, wie glücklich das auch die Menschen immer macht. Und dann war es für mich auch kein Problem, da einfach weiterzumachen. Und dann auch Natursekt und Kaviar anzubieten. Also das heißt, am Anfang hattest du da auch irgendwie Hemmungen vor? Ja, natürlich ist das halt auch immer so eine Sache. Je nachdem, welches Mobiliar man zur Verfügung hat oder ob man das jetzt irgendwie freistehend praktiziert, ist das natürlich auch nicht immer ganz so einfach. Ich bin jetzt natürlich auch keine Maschine. Genau, also wie macht man das denn überhaupt? Man muss ja gar nicht immer auf Toilette. Ja, das stimmt. Also pinkeln kann ich immer. Ich trinke sehr viel, stilles Wasser und Tee. Das treibt immer ganz gut. Das kann ich, das geht immer ganz gut. Und beim Kaviar, ja gut. Ich kann jetzt auch nicht jeden Tag. Aber für meine Vorbereitung gehe ich dann einfach hin. Ich esse auch sehr ausgewogen. Das darf man die Damen auch immer fragen, wenn sich dafür jemand interessiert. Wie ernährt man sich denn? Und auf welche Weise praktiziert man das? Ich mache das immer auf natürlichem Weg. Das heißt, ich nehme keine Abfüllmittel oder ich mache auch keinen Einlauf vor. Das finde ich jetzt nicht so gut. Auf natürlichem Weg ist halt eben auch die gesündeste Art. Und für mich weiß ich, dass es funktioniert, wenn ich ein Trockenobst esse zum Beispiel. Hm, okay. Ja, das treibt dann auch ganz gut. Da kann ich das so ein bisschen lenken. Also es ist gar nicht so einfach, wenn du es mal zu Hause ausprobieren möchtest, mal auf Termin, dann auch zur Toilette zu gehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn man dann einen Termin um 15 Uhr hat für so eine Kaviar-Session, dann... Ja, das kann mal schwierig sein, ja. Also am liebsten sind mir immer die, die einfach den ganzen Tag verweilen. Und dann kann man einfach auch mal gehen, so wie es gerade passt. Ah, okay, ja. Das ist perfekt. Was denkt ihr jetzt so über den Job einer Domina? Könnt ihr euch vorstellen, das Ganze selber mal in Anspruch zu nehmen oder sogar selber als Domina zu arbeiten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr sehen wollt, wie ich von Madame Carly Dreadful ausgepeitscht werde, dann schaut euch das Video auf meinem Hauptkanal an. Oder wenn euch interessiert, was ein Bordellbetreiber eigentlich so macht, dann schaut euch gerne das Interview hier an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.